Herzlich Willkommen auf meinem neuen Masse, dafür ist es zuerst mal und zwar, das ist heute das erste Video, was ich nach der Urlaubspause aufnehme, wo ich in Österreich war, meine Familie mit neuer Kamera und ich sage, starten wir gleich rein mit Palia. Ja, ui, erstellen. Time for you to go out into the world. Let's go. I have high hope for what you can accomplish. Puh, stimmen. Dann muss warten, bis bald zu Hause. Yay. Ja, und, ähm, meine Freundin Flamme hat gespült in ihrer Schwiegermutter, meine Schwiegermutter, ja, doch, ja, Alexa, sagt, ähm, gespült das ja auch und ich hab mal nach Schaub, hau ich mich mal rein, fang ich's mal an, prob ich's mal aus und nehm mich dabei jetzt. Ja. Lasst einen Like da, bitte, bitte. Und mir wieder die Kamera, eine neue Kamera, wird mir halt zugelegt. Am Angebot, ja, stark, eine Razor-Kamera, also, ja, es lebt. Ja, ich will jetzt auch ein bisschen mehr von meinem Zimmer. So, ihr seht hier was, hier den Bereich, hier hab ich meine Tastatur, wunderverdammte Taste fehlt. Mein altmenschönes Hemd. Das Hemd, das Hemd ist legendär. Ah, da ist mein Kopf drauf. So, da ist mein Kopf drauf. Eins, das ist ein Unikas, ein Daffel-Shirt. Trin zu fach. Hallo? 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 Stille? Komm, das ist irgendwo rausgekrochen, ich sag's euch. Bin ich das? Boah, geiler Funkel. Was ist denn das für eine... ...roserhäutige? Die erinnert mich irgendwie an Minions, diesen rosen Schlumpf da. Ah, Minions, wahrscheinlich Minions. Irgendwie waren die rosa auf einmal, schon lila. Die gute Version davon. Bin ich das? Hey, so funktioniert das aber nicht. Das hab ich in der Schule anders gelernt, dass Kinder entstehen. Oder Menschen entstehen. Also, bin ich ein Mensch? Na, gute Frage. Das klären wir dann beim nächsten Mal. Ich bin mir sicher, dass sie kein Mensch ist. Oh, mein. Was? Was? Was ist die Mixer-Schirren? Ich weiß nicht. Aber ich bin froh, hier zu sein. Naja. Mach ich jetzt hier. Oh. Ah, tu mal. Yo, ich will doch einfach weiter. Lass mich da rennen. Oh, 100% Fokus. Da, ich hab Fokus erreicht. Yo, ich weiß, wie man da... Ich weiß, wie man... Ich weiß, wie man das macht. Hallo. Alter, warum ruckelt das so? So. Oh. Juts, let's go. Ach, genau. Das Ruckeltai wird so sehr stark. Pardia. Was? Neu, ich weiß nicht, weil... Pardia. Ja. Er wird so... So, ein Tun so... Pardia. Ich wäre doch in dem Video lustig gewesen, im Sinne. Hattet ihr irgendwie noch das Marschaut? Geht das? Uiuiui, das ruckelt aber. Den Kompass. Ja, ich benutze den Kompass. Ich frage, wo ist der Kompass? Huchra. Hallo, es ist immer schön, ein neues Gesicht im Dorf zu sehen. Herzlich willkommen im Klima. Klima. Das ist das hier ganz überwältig für dich. Ich heiße Aschro. Ich bin der Wirt, das Omo Horns. Leider haben wir im Gasthaus im Moment kein freies Zimmer. Aber wir haben einige alte Grundstücke, auf denen du dir Zeit aufbauen. Es geht besser, als unter den Ständen zu schlafen. Ich stinke zu oft zelten. Ich bin froh, dass ich einen Platz zum Schlafen habe. Genau. So. Ja, haupte ich weiter. Ja, du, ich bin schön. Oh, habe ich mir Sachen geschenkt? Ja, ach, ist ein guter Mann. Ist das mein Haus? Uh, ist das denn? Mein Haus? Ich will eine Burg. Kann ich einen Bunker bauen? Bunker ist auch cool. Ich wirke nicht sehr begeistert. Was ist denn her? Oh, sind die alle Lieder? Hallo. Holt ich den geschlagen? Ah, jetzt. Blauen. Was? Ähm. Bin ich hier richtig? Hallo, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Man braucht für jeden auch das richtige Werkzeug. Jetzt mal. Ah, danke. oh ja ich weiß nicht mal eventuell das ist zirka gleich meistens ok navigiere ja ob ich noch still bekommen muss navigiere zu hallo hau ab hau die ganze kacke um hau die seltsam gefunden ach schon ist nicht seltsam dinge die minis gefunden haben aber ich bin wichtig wer findet ihm gehört dass ich danke danke schön er zu stunden und wenn es hier nicht gehört so was kann ich machen so höchstwahrung vorher erst mal mehr herstellen holzaufbewahrungstour das provisorische zeit mehr holz und bilder Orgel als die Fresse oder die steine weg die steine weg klar das kann ich jetzt nicht wenn ich jetzt der typ was er im weg steht jetzt ernsthaft auch nie wenn du auch nie das war das gerade du hast du post hast du den weg an der post bekommt gib mir das bricht auf und gib her, gib her, gib her ein brief hat er mir jetzt nicht gegeben oh, habe ich gute sachen bekommen, aha, schön okay, muss man jetzt auch nicht nachvollziehen super, jetzt habe ich das da drin munitionstasche, ja, ja, okay, ja, ich habe munition, ja, schön hä, habe ich das drin gemacht oder hast du das baugrundstück hallo, wo bin ich, hallo ich darf hier wirklich bäume fällen ja, der kommt nie oder oder du bist wirst du guck du oh und fisch angeln aufgeben fisch fisch auf Warum ich will der Sack entkommen? Oh, ein Sack, der Fisch. Warum? Warum? Ich hab das so Doraus schon gesehen. Das wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Oh, der kommt! Was, was kommt? Ich male. Äh, so. Oh, ich muss da lang. Da lang! In Saarland! Da, wo im Saarland war. Saarland ist nicht schön. Na, weißt du. Es ist nicht so eine schöne Stadt. Das ist aber Land. Es ist nicht schön. Es ist wunderschön. So, jedes Land braucht sein Elend. In Deutschland ist es in Saarland. Ja. So, gegen Saarland schießen. Abgehackt. Was? Ich muss ja meine Stuhlis abhacken, oder? Einhalt gegen Saarland. Und plo plo. Ich will hier mal schießen. Äh, holen die Team. Reiner, Sturm! Ich bin im Clown. Ich will Clown. Das geht wieder nicht. Das geht für uns gar nicht so wie Jagd. Ja, ich bin Karate gedrückt. Äh, komm ich damit. So, toll. So ein Grundsatz ist Gratensklappin. Jawoll, komm. Wo ist es? Hallo? Komm ich raus? Komm ich raus? Natürlich, der Typ ist... Ach, der steht da. Da drüben! So. War nie. Ein, warte, schaust du. So. Oy, warte, schaust du. ich würde sagen dass der folge erst mal bis jetzt vom nächsten mal wieder